ja vor uns im dschungel sogar noch perfekt perfekt ach dschungelbaum was machst du jetzt vor eigentlich nicht mal neue baumarten herauskriegen was du nicht tun und lassen kannst du machen ich bin zeppling ab Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ha. keine chance kam kein einziger das ding aus tja so genug hast du genug dschungelbäume aber noch irgendwo dschungelbaum zetting irgendwo tausend noch liegen keine ahnung bin auf meiner inseln unterwegs so um und gibt mir doch ein der pläne ab seitdem auf der pläne ab ja an der dring hallo ja ins 2 so noch ein sapling ist wirklich welche weil wir dunkel ja die sonne geht gleich unter das kommt nachmittag die sonne abends ist er noch nicht aber bald gleich geht doch schon unter was nö doch ach jetzt geht sie gleich runter um um allerdings gibt mehr vertreten etwa auf deutsch setzlinge ich habe englisch nicht deutsch ich nix deutsche ein bundeswehrsoldat ein toller typ und schlacht die schlüsse wir haben sie fliegen und noch ein und auch noch zu einer einzigen hast du das spinnweben in einem baum gemacht oder was heißt das wenn spinnweben im baum sind dann ist ja ein sport ist auch schnell so ein spanner unter mit giftspill das ist nicht mehr weit von unserem haus weg ich weiß das habe ich auch schon geblündet weil da und da sind immer kisten mit spanner wie spawnt aber hier nichts ja ich das war schon kaputt gemacht hat ja dann weiß ich gekrüppelt das war das noch vorhanden das ist bei mir jetzt ist er kaputt ist er wieder abgebaut jetzt noch ein paar verschiedene bäume hin ach zack noch habe ich sowas auch b ob es gelettet aber wieder daneben bisschen schlechter schütze skelett da war ich in der Prozent in bot Academy stirbt du Monster hoi 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 hallo er ist jetzt gerade Nacht deswegen wieso ist da ein Schild Fenster noch mehr Fenster? Nö, ok wow scheiß Zombies, lass mich in Ruhe ich will keine Staubsauger kaufen ich aber deswegen habe ich ihn bestellt, deswegen das ist jetzt haben wir unseren Staubsaugerverkäufer tot gemacht lass mal pennen gehen pennen gehen ups man jetzt habe ich Schilder momentan ja, kannst du ja wieder haben oh fuck nein, das ist mein Essen ja ja, schüpp mir das Schild in der Fresse rum jawohl hehehe oh, hier nur wir den zweiten Staubsaugerverkäufer brennen so, die Insel ist jetzt flach erzlich da kommt doch was drauf hätte ja vor mir gefallen da kommt ja was drauf ich muss aber überlegen wie ja der Punkt ist der hier direkt beim rausgehen man baut hier ein Balkon man baut hier nicht ein das war ja noch Nico hehehe hah aua ja, voll wie reingeschubst hier anyway, dann würde hingehört weg mit dir du Saubeutel hmm mehr mit reiht an auch nichts zu essen soll ich gleich schutz auch 5 oder die Wienflattern aus Kassel lief so dass wir schnell er ich nicht will was ist denn das sieht aus wie ein normaler baum ist es aber nicht jetzt können wir erst da eben eine chance dass da vielleicht ein anderer seitlich rauskommt okay war nicht deswegen man braucht immer so verschiedene bäume und dann machen die die bienen befruchten die bäume gegeneinander und dann kreuzen sich die bäume und dann sind eben halt andere Blätter drin wissenschafts-Digeno brennt gerade im Ofen brennt der wird in den Ofen Kienstone Achso Stein Kienstone Machst du was zu stone bricks oder machst du nur einen normalen stone hit eigentlich nur mal stone als der Rasse alle alle du hast die Leiter ne äh die 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 Tür ne die hab ich den mir ins Gesicht geschmissen achso da hab ich sie und ich klatschte mir auch ins Gesicht beim hinstellen Weiß mal hier ganz kurz Graphics Jo noch ein anderer verblinkt drinnen andere steve schön kann auch da drinnen sein muss der Ofen schon wieder alle sein oder man scheiß Maserator da links frisst mir die ganze Energie für meinen schönen Ofen n wir können ja mal gleich ein Cori bauen wir brauchen mehr Energie Energiespeicher ja Bad Pots ja wenn wir ja ok dann hilf mit mir mal den Kelle aus das ja ja ich dem ja mit ja 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 so dieser gleich im arsch jetzt lass mir was mich das ist das an kabel stone ja aber schmerz hat ein spaß hat sich doch glaube mal hier einmal eins runter gebaut weil er mir weil er meinen wollte oder sowas vorher noch kalt war aber und aus welchem material bräuchte es jetzt hier aus aus karl ist auch immer so geht eigentlich also noch genug basalt ich glaube ich mache so glaube ich sogar auch da unten aus basalt kalt 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 aber noch irgendwo was nicht oder muss ja bald wieder zum dix gehen zum big vulkan ja da wo unsere freunde rumfliegen kalt kalt r äh der polize die wegwerse auch nicht wieso da soll was essen ich habe auch hier die ganze zeit ja ah ne ich hab noch zumbefleisch vor allem hier weil mich dann mal was gebrannt oder ja schlicks weggefuttert vor allem kaum kohle oder irgendwie dass er da geht eigentlich dunkel essen da 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 da... Da 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 da... Oh, ich muss wieder ne Spitzhacke craften. Hast du keine mehr? Nee, diesmal letztens zerbrochen. Schon scheiße. Ah, ist echt scheiße. Was denn da drü... Was ist das da oben? Toll. Noch mehr Cubblestone. Hä, wo? Da hat irgendwer ein Cubblestone gebaut auf unser Haus. Die gerade zugemacht oder wat? Ja. Ah, Fuscher machen sie mal. Da 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 da... Mensch! So viel! Was, so viel? Ja, so viel Dirt? Muss ich schon wieder ablagern. Ich muss nun irgendwann mal ein kleines Lager errichten. Oder wir gehen schon in die bessere Logistik rein. Die wäre? Äh, Mi Drive und so'n Scheiß. Da brauchst du auch ganz schön viel Scheiße für. War's auch immer. War's auch immer. Mal gucken, welcher Mod das war. Äh, da... Äh, da... ... Vielen Dank.